Die Frage, wie alle Menschen im Fernsehen oder auf Bühnen so wunderbar fehlerfrei lange Texte frei sprechen können, hast du dir wahrscheinlich schon oft gestellt. Und die meisten von euch werden auch schon die Antwort kennen. Aber für alle, die sie noch nicht kennen, möchte ich mal dieses Geheimnis zeigen. Das sind nämlich diese berühmten Teleprompter. Was sind eigentlich Teleprompter? Im Grunde genommen sind es einfach nur gespiegelte Texte, die vor eine Kamera gehalten werden. Und dann guckt man einfach rein, kann ablesen und es sieht so aus, als ob man frei spricht. Der Trick ist, dass die Buchstaben relativ groß sind und wenn man genügend Abstand hat, bewegen sich die Augen auch nicht. Das ist sehr wichtig, zum einen. Und der zweite Trick, und den wollte ich dir gerne heute mitgeben, diese Programme gibt es mittlerweile auch für die Handys oder auf den iPads. Das heißt, wenn du auch mal für Social Media ein Video aufnimmst, könntest du dein Handy umdrehen und diesen Pompter runterladen, deinen Text draufspielen und einfach auch ablesen. Dann kannst du sehr frei und sehr viel präsentieren, ohne dass du ständig runtergucken musst oder dich sogar versprichst. So viel für heute aus dem Coaching-Studio. Wir haben nämlich den ganzen Tag mit diesem wunderbaren Promter geübt und kann nur sagen, es hat wunderbar funktioniert. So viel für heute. So viel für heute.